Leute! Hi! Also, ganz kurz. Ich mache hier eigentlich nur ein Video pro Tag. Also jetzt, wo ich das so gesagt habe. Auf jeden Fall niemals zwei. Ich habe richtig viele Nachrichten bekommen auf Instagram und auf anderen Seiten halt. Egal. Ich glaube auch nicht mal, dass ihr alle meine Follower seid, weil ich habe gar nicht so viele und ihr habt mir voll gespammt. Egal. Auf alle Fälle kamen die jetzt ganz oft, du bist irgendwie, du siehst aus wie 10 oder so. Keine Ahnung. Was sehe ich aus wie 10? Was labert ihr für einen Kack? Hat ein 10-Jähriger so lange Haare? Wollt ihr mich verarschen? Okay, Spaß. Ich sehe jung aus und ich weiß auch, dass im echten Leben Leute sagen, ich sehe aus wie 14. Und das ist schön. Danke für das Kompliment. Das ist okay. Mich regt das eigentlich auch nicht auf, aber ich hasse es, wenn Leute sagen, dass ich irgendwie lüge. Also, ich weiß auch gar nicht, warum ich mich aufgehe. Ich kenne euch gar nicht in echt, aber ich kann damit nicht leben, wenn Leute irgendwie sagen, ja, du liebst uns die ganze Zeit an. Deswegen habe ich hier meinen Führerschein. Ich werde meinen Namen verdenken, weil ich nicht möchte, dass ihr alle so wisst, meinen Nachnamen und Vornamen und blabla. Halt, ähm, er ist ein Englischer, deswegen ist er pink. Nicht, dass gleich noch Leute sagen, äh, das ist gar kein Führerschein, willst du mich verarschen? Okay. In England darf man übrigens, äh, ab 17 fahren alleine. Also, aber ich bin 18. Ihr könnt da jetzt... Warte, warte, warte. Oh, da habe ich ja unterschrieben. Da ist meine Adresse. Okay, wir müssen das jetzt alles verdecken, aber ihr könnt da so mein Geburts... Ich brauche ein Blatt Papier. Okay, das ist... Nee. Das ist voll scheiße. Wieso glaubt ihr mir nicht einfach? Dann müsste ich das auch nicht machen. Also, okay. Okay. Das ist mein Führerschein. Und da steht, wenn ihr jetzt guckt... Das ist voll kacke. Das kann man gar nicht sehen. Ich brauche jetzt eben einen Pfund. Stopp mal. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich verdecke das jetzt mit ein paar Pfund und dann... Ah, wieso mache ich das? Ich schwöre euch, ich lade das vielleicht noch nicht mal hoch, ey. Das ist mir einfach zu dämlich. Aber ich mag nicht, wenn Leute sagen, ich lüge. Da. Man sieht jetzt ein bisschen von meinem Kopf, aber ich meine, ihr seht mich auch so. Ist ja nicht so, als ob ich meinen Kopf verdecke im Video, oder? So. Mein Gott. Okay, nicht wundern, das sind jetzt Pfund, weil wie ihr ja wisst, bin ich in England. Ne? Oh. Nee. Oh. Okay, da steht ganz klar 13.08.1998. Ich bin 18 und ich werde dieses Jahr 19. Ja. Also wirklich kein Hate an die Leute, die mir das geschrieben haben, aber es kamen so viele Nachrichten. Es waren nicht nur ein oder zwei oder zehn, es waren richtig viele. Und ja, ich habe keinen Bock mehr auf diese Nachrichten und ich kann nicht alle bloggen, weil das dauert zu lange. Und ich blogge auch eigentlich keine Leute. Ich habe nur einen Menschen gebloggt und den mag ich echt nicht. Und deswegen, ihr habt jetzt alle meinen Führerschein gesehen. Also ein bisschen davon. Und ich hoffe, dass ihr mir jetzt einfach glaubt. Ich weiß, ich sehe jung aus. Und das ist schön. Es ist besser, als so richtig alt auszusehen, wie so eine 30-Jährige, wenn man erst so 20 ist. Und dann ist es besser, so auszusehen, wie eine 10-Jährige, wenn man erst 20 ist. So, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, auf jeden Fall, das war's. Das war ein kurzes Video. Yeah! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020